jetzt okay dann hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen youtube video es ist richtig kalt wir gehen wieder auf dem platz ja weil sie hat so eine schöne atmosphäre ein bisschen neblig außerdem ist der boden ganz gut also wir nehmen euch mit ich heute ein bisschen locker und dann schauen wir mal was so ist was passiert viel spaß dabei denkt dran wenn es euch gefällt daumen hoch und abonniert meinen kanal das war mein ernst wir sind hier nicht nur zum schmus da kann mir jetzt was mir gedacht habe stehe ich will ja ich noch mit der vier reiten aber jetzt hat es ja nicht jetzt kommt über das braut schon wieder durch falls jetzt noch mit der turnier reite wir müssen die nachsehen noch können wir beiden terroristen waren chaoten so eine das büffet es eröffnet warte mal das müssen wir doch mal fürs video doch besser machen das büffet ist eröffnet das büffet ist eröffnet das büffet das büffet ist eröffnet von der to go ja jetzt auch bei den pferden angekommen mit der pferde welt angekommen nicht so wie bei uns der kaffee to go wir haben hier heute das ist der vorteil aber so ein pony hat zu hause ne nein 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 geht zum essen das ist kein problem das ist kein problem das heißt gemobbt ja ich glaube Ja, das kriegen wir schon hin. Was? Ja, das kriegen wir schon hin. Hier müssen erst mal Führmaschäle laufen. Ich muss erst mal Leckerlis besorgen. Warte, ich hole die Leckerlis. Moment, heu Polly, weg. Püppi, du kommst auch gleich raus. Hallo, hallo. Ist dem kleinen Boss ein Freund. So, Annie? Okay. Ja. Make will mal schlanke gehen. So. Heißt, wir müssen auch weiterlaufen. Mit Rogero. Und Annie und Püppi, die dürfen aber schon raus. Tschüss Würmer, bis später. Hehehe, und es weiterkommt. Das war übrigens der, der den Ball kaputt gemacht hat. Püppi. Komm hier. Ja? Annie, einmal rumdrehen. Bitte? Bitte? Ja. Komm, let's go. So. Ja, der nächste zu Wilma. Püppi, geh rein. Nein, 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 nein. So. So. Hinten. Halt. Ja. Let's go. Wir starten mit Annie. Hinten. So. Kann man das bisschen noch aufschneiden? Hm? Hinten. 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 Nein, nein. Ha. Hä, hä, hä. So. Guck nicht so, hab ich so einen dicken Bauch oder du? Beide, ich weiß. Ich bin ohne Decke jetzt da oder? Nee, ich hatte eigentlich schon Decke. Nee, der hat mir drauf. Ich ziehe nur gerade ein, das war beim Weitermachen nicht so oft. Ja. Okay. Ja, let's go. Oh, es ist aber kalt geworden jetzt. Schlimm. Ekelhaft. Ekelhaft. So kalt ist es geworden. Gehen wir mal raus. Da hilft auch kein Antibiotika mehr. Hast du den Piepen angegriffen? Nein. Der lag heute Morgen schon da. Guck mal, deine Freundin, die läuft noch. Die macht das Abspeckprogramm. Schauen wir mal, was immer jetzt gleich lustig ist, was Paddock stellt. So, jetzt ziehen wir uns mal um. Jetzt einmal das Mikrofon umstecken, damit ihr gleich weiter Ton habt. Patsch. Oh, ich hoffe, das Gnast könnte gehen. Hä? Was gehört, Annie? Hast du gehört? Lena möchte eine Traversale. Kriegen wir das heute hin? Ja. Ja? Ja, sicher. Das war ein Jahr. Oh ja, Dankeschön. So. Du musst mal Nahausnahmen machen. Was krieg ich dafür? Ja, Eddy. Weißt du, das ist so auf dem Bildschirm drauf. Ja, ja. Ja? Kuscheln. So. Machen wir los? Einen noch. Was? Machen wir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ihr quietsche Pferde. Die sind die ganze Zeit nur am quietschen gewesen da draußen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Soll ich dir dazu sagen, ne? Katastrophe. Kannst du das Pony auch mitgeben? Hä? Was ist ausgezogen? Ist jetzt halb der ausgezogen? Komm, Andy. Zurück. Wie die da steht. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Und die steht da wie so ein Mensch im Eingang. Und verobachtet. Komm. Annie geht direkt weiter. Annie, komm hier. Die hat nämlich gar keinen Bock drauf. Püppi. Moin, moin. Annie. Komm mit. Aff. Komm rein. So. Die Annie immer ihr Zeug da rausschmeißt. Das ist nämlich genau deswegen, weil die da immer anfangen hier das Heut rüberschmeißen. Und Annie hingeht und zuppelt sich da natürlich alles raus, was sie finden kann. Und dann muss natürlich der Inhalt weg. Das ist ganz einfach. Und alles weg, was da drin ist. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Der ist auf jeden Fall. Und ich bin. Jetzt habe ich Angst. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wenn man das nicht mehr ist. Das ist gut.